Schieß los, Bravo. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht, 6. Empfehle Thermalsicht, Kai. Die Heli waren Schützen. Sehe sie in Thermalsicht. 11 Uhr. Die suchen nach mir. Hätte nicht übel Lust, sie finden zu lassen. Was tun wir, Käpt'n? Sie müssen hier sein. Gehen Sie. Ah, wirst du in dieser Dymke was finden? Gehen wir weiter nach Wachstum. Scharf, Schütze! Komm, die laufen hinter uns auf. Thermalsicht zeigt nichts. Hat Thermal-Tarnung. Gans, bewacht Shepard. Zopp und ich übernehmen den Scharfschützen. Roger. Mir nach, General. Gibt es Aktivität, Sergeant? Sehe den Scharfschütze ausgeschaltet. Alles sicher. Gute Arbeit, Käpt'n. Gas bei mir sammeln. Roger. Bis zum nächsten Mal. T pois. Vielen Dank.